hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren folge die sims 4 werden erst mal paar geschenke verteilen und beide haben wir ja natürlich noch was den auch noch neue zwei ja alles gut sehr selbstsicher hier das ist wieder wütend sparen hier eine kleine rauferei am morgen wenn ich gemacht natürlich alles abgebrochen moment das machen wir mal bei ihm tag verschönern und ach so die geschenke haben auch schon wieder nicht funktioniert ja 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 und dann nochmal über rudel und so weiter reden das da Ähm, nee. Ähm, und... Äh... Mohn wird Müll, fragen wir noch mal. Ach, geht nix mehr. Okay, gut, schauen wir mal. Was? Genau, die freut sich, dass wir gut über unser Rudel reden. Hahahaha. Oh. Descos? Gibbora! Du fuhl! Vumbrasa? Hahahaha. Hahahaha, jetzt. Hrrr! Hrrr! Doni! Ähm, hm. Oh. Aber jetzt ist es gegeben immer noch nicht. Ja, sicher. Wumsche Siba. Vermu! Irgendwie macht Sims heute schon wieder... Komische Sachen. Einfach ein bisschen plaudern und ein gutes Verhältnis mit den Rudelmitgliedern führen. Das ist ja auch Teil unserer Rudelwerte. So, Geschenke. Einmal Ferrari. Und für dich, mein Freund. Aber ich würde jetzt gerne mal was machen, was besuchen. Und zwar nehme ich die beiden mal mit. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich glaube, die sind immer recht weit unten, oder? Da war Lu. Moment, dann machen wir das so. Heute ist Michael wieder mal nach ein bisschen Krach. Ein bisschen gepflegten metallischen Krach. Diesbezüglich habe ich auch noch ein paar neue Lieder eingebaut. so. So. Pinwald ist voll. Moment, machen wir mal Pause hier. Äh, ist die wieder treffen. So, Mädchen. Was hast du da für Musik? machen wir mal mittel. Au. Oh. Äh, Michael? Reparier mal. Äh, du wirst die beiden da treffen. Schauen wir mal. Was du machst, die Deko hier nicht? Okay, gut. Teile plündern. Wo sind denn die beiden? Da ist Lu, der haut ab. Okay. Und dann werfen wir mal weg. Und dann schaue ich schon mal nach guter Musik. Das jetzt nicht. Ich bin nervös. Ja, genau, auf die Luft geparriert. Oh, oh, die Wut, die Wut. Oh, oh, geht's nicht gut. Oma, hast du auch noch? Die anderen da, nicht reagieren drauf. Ja, ba! Jetzt wird er gleich ausgeregt. Oh, oh. Oh, oh. Du kannst mal hier die Möbel zerkratzen. Möbel gehen schon. Okay, schau mal, ob du... Morga, Morga, Morga! Ja, Morga, Morga. Schau mal, ob du wieder zurückkommst. Aus dem Ragen. Ja, super. Okay, äh, du wolltest was essen. Das war noch ein bisschen okay. Okay. Gut. Oh, oh, das war nicht mehr gut. Oh, scheiße. Das war nicht mehr gut. Äh, mach mal ausschalten. So, okay. Was wollen wir denn heute machen? Das war ja nicht das Einzige, was ich heute vorhabe. Sehr unwohl. Ja, wegen dem schlechten Essen, gell? Ah, Mist. Okay. Ähm. Michael hat gemeint, er wollte mal ins Fitnessstudio. Können wir ins San Juno gehen? War da nicht eins? Äh. Hier. Frischluft. Okay. Da können wir mal hingehen. Schauen wir mal, wie das da so ist. Da war ich, glaube ich, noch nie. Und wir zusammen ja sowieso nicht. Im Fitnessstudio hier im Laufe des Let's Plays. Schauen wir einfach mal. So, genau. Weißt du was? Hier ist noch so ein... Ach, er fühlt sich unwohl. Das ist schlecht. Kannst du vielleicht... Dich über die Schüssel hängen? Übergeben. Ja, mach mal. Das Essen war nicht wirklich gut. Es wurde aber nicht angezeigt, dass es schlecht wäre. Ach, passt wieder, okay. Äh, gut. Dann lauf mal. Energiegeladenes Training. Wen haben wir denn? Das ist Nox, oder? Nox Greenberg. Ja. Genau. Wer bist du? Kiyoshi Ito. Ach, der ist schon junger Erwachsener. Und du bist... Fitnesstrainer Alex Jakob. Ja, 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 ja. Du heißt Kaori. Wie er rennt. Hä, was ist das für ein Ton hier? Ist die Geräte, die hier so komisch brummen? Okay. Ah, Jenna. Oder Jenna, ja. Nalani und Dwayne kommen auch noch. Was ist denn das hier eigentlich? Rede halten. Okay. Oh nein, der weibliche Grummelschlumpf. Genau. Immer. Äh, die Frau. Immer. So, weißt du was? Dann kannst du nochmal episches, energiegeladenes Training machen. Was gibt es denn hier noch? Ah, ein Basketballplatz, eine Bar. Was ist denn das hier? Ach so, Kohlebecken. Ja, aber eigentlich auch schon wieder ganz schön langweilig hier. Und unten gibt es Duschen- und Umkleideräume. Okay. So, Michael, du schaust aus. Hygiene. Okay. Sonst gibt es hier nichts? Keine Boxsäcke? Doch, einer. Na ja. Na ja. Oh, du weibst lieber Techtelmächtel. Wie hat immer einen Gesichtsausdruck zusammen? Wahnsinn, hä. Ähm, ich glaube, wenn du das hast, Michael, könntest du da mal eine Dusche nehmen. Schnell duschen. Du könntest mal nachdenklich duschen. Warum nicht? Mit wem redest du hier? Das ist so beruhigend oder irgendwie sowas. Ach, da ist auch noch ein Boxsack. Okay. Oh, wer kommt da? Was? Lea schon wieder? Ich glaube, du stalkst uns doch auch, oder? Ach, Mädchen. Oh, je. So, hör mal auf. So, erstmal erklären, dass Mittel die Welt regiert. Hallo, Schatz. Huch, was machst du denn jetzt? Ich hab dir doch gesagt, jetzt nicht duschen, du Pfeife. Mal gucken, was geschieht, hä? Ach, Michael. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hintenstechniken können wir mal reden. Passage anbieten. Dann kannst du mal duschen gehen. Ui, ui. Äh, was? Musst du schon wieder aufs Klo? Oh. Äh. Ach so, das ist... Oh, oh, scheiße. Stimmt. Ähm. Nimm mal doch eine erfrischende Dusche. Ähm. Dann muss ich ja wegbleiben. Äh. Aha. Aber die Frau ist verheiratet, Nalani. Und die haben auch schon Kinder. Wie auch immer. Oh, oh. Kann man nicht beruhigen? Kann man jetzt nichts mit Lea machen? Oh. Hm. Das ist blöd. Was machen wir denn jetzt? Ähm. Herausforderung. Mach mal. Äh. Weiß gar nicht, ob Lea geht. Probieren wir mal. Ach, sie ist eh hier oben. Oh, oh. Ach, Lea-Mäuschen. So. Kannst du Basketball spielen? Huch. Ach, Maus. Na, das funktioniert nicht. Okay. Dann möchte er einfach noch ein bisschen weiterlaufen. Okay. Mach das mal. Oh, es ist schon dreiviertel eins jetzt. Okay. Ja, das Packer. Grüß dich. Hunger hätte er. Hätte er, ja? Was labere ich schon wieder? Im Bann des Mondes. Weil bei Vollmond ein Wehrwolf war. Okay. Gut. Lea. Oh je. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie so treibt. Ach, sie flitzt raus. Aha. Wer ist denn das da? Yusuke. Okay. Okay, Michael. Ich würde sagen, du gehst jetzt nochmal nach Hause. Das war es jetzt hier mit dem. Und du könntest nochmal den Mondplatz sammeln. Und ja, vielleicht noch ein bisschen baden oder so. Steigt ja leider die Hygiene nicht. Aber, hm. Na ja, geht ja je. Okay. Ähm. Dann grab dich mal hier rauf. Ernten. Sonst geht's dir gut bis auf den Hunger. Oh, ein Gregg. Der Mampf gerade. Gipsi. Hast du gesammelt? Was treibst du denn da, Michael? Grab dich mal her. Und dann könntest mal... Könntest mal schauen, ob Gregg heute plaudern will. Oh, oh. Na, Gregg, wie geht's dir heute? Ja, ich will plaudern. So. Äh. Machen wir mal Hüftstoß. Geht das? Oh, scheiße. Das war nix. Machen wir mal Entschuldigung. Das kennt er nicht. Ähm. Tagverschöner. Äh. Klopf, klopfwitz? Tut mir leid. Ich dachte, du reagierst da drauf. Oh, je. Oh, je. Jetzt will er wieder nicht mehr. Ähm. Okay, dann reden wir mal. Mal kennenlernen. Red noch mal mit ihm über Moonwood Mill. Oder... Na, klopf, klopf. Will er nicht? Schmutziger Witz. Äh. Unfug nehme ich mal an. Nicht. Wehrwolf-Erfahrungen. Über Interessen reden. Und... Nochmal Moonwood Mill. Ah, alter Grummler. Warum bist du eigentlich immer sauer? Hm. Oh, oh, Gosha. Domibaka. Fanache Sarspa. Das hat er schon mal. Kumbar Sanzibi. Siragua. Zwa for Gabriz Harthrik. Fampo. Link to Trebain. Chao Tokibo. Was ist das für ein Zeichen? Der Wolfpoten. Warum geht's dir immer so schlecht? Ich weiß, wegen deiner Vergangenheit, aber du kannst dich immer davor wegrennen, Greg. Oh, je. Oh, je. Ah, das hatten wir alle schon. Oh, Mami. Das freut ihn, wenn man heult. Ja, umarmen geht. Ähm. Okay. Über Träume reden. Äh. Muskeln zeigen. Mach mal einfach mal. Einfach mal versuchen verschiedene Sachen. Ähm. Nach Tag fragen. Dann machen wir jetzt noch zweimal nach Moonwood Mill. Ich möchte, dass die Leiste wieder maximal oben ist. Aber ich glaube, der hat auch nicht so wirklich Bock. Ja, obwohl, jetzt schaut er wieder zufriedener aus. Er ist verspielt. Greg ist verspielt. Wie gut. Das imponiert ihm heute. Ja, man muss ihn einfach, man muss die Wut runterbekommen. Das ist es wahrscheinlich. Erzähl ihm nochmal einen Witz. Wenn er eh schon verspielt ist. Klopf-Klopf-Witz. Und. Lustige. Entschuldigung. Lustige Gesichter noch schneiden. Ja, er hat nichts mehr zu sagen. Das hatten wir alle schon. Er lacht. Wie gut. Er hat Humor. Ui. Jetzt erzählt er wieder. Aber solange er verspielt ist. Apokalypse beschreiben. Er ist ein sehr guter. Er ist ein sehr guter. was gibt es denn hier es gibt hier kein werwolf irgendwas man kann zum beispiel nicht mit ihm sparen vielfraß einzelgänger gemein ja sonst ist da nichts okay michael ich würde sagen du kannst dir auch mal nahrung jagen oder ne weißt du was geht dann mal nach hause okay bis bald wir vergessen sich natürlich nicht aber er wollte am anfang schon wieder grummeln aber es ist halt so man muss echt erst mal rausfinden wasser mark oder ist es auch viel zufall nehme ich an okay leute dann würde ich sagen michael dürfte sich jetzt mal was brutzeln die bar asado was auch immer asado ist okay darf michael bissel brutzeln und wir sehen uns dann bei der nächsten folge wieder macht's gut bis dann ciao und servus flerben